Musik Wir sind für die Werke in der Schule und machen hier unser Abschlussprojekt. Das ist für den Kindergarten in Ecke. Und da machen wir das Sandkastenschiff. Also das ist ein Sandkasten in Form von einem Schiff. Wir haben das Projekt eigentlich letztens angefangen zu planen. Also mit der Voraussetzung, wir haben 1.000 Euro Budget. Und aus dem müssen wir das jetzt machen für den Kindergarten. Bös ist eigentlich am Anfang auch klar gewesen, wir machen hier einen Sandkasten. Und wie wir das machen, das ist nachher mit der Zeit rausgekommen. Also wir sind draufgegangen, da könnten wir eigentlich ein Schiff machen. Und dann haben wir das eigentlich auch so gemacht. Musik Meine Gruppe hat vier Mitglieder und mehrmals ein Zimmer für den Kindergarten in der Festjahr Anetz Schaukel. Jetzt tausend haben wir beim Holzbau eine Handelsspur und wir haben jetzt einmal mit der Produktion angefangen. Ursprünglich hätten wir gedacht, wir machen eine Hollywood Schaukel. Also quasi eine Böcke, die wieder hin und her schaukelt. Aber jetzt ist es eine Netzschaukel geworden. Jetzt sind wir einfach links und rechts zwei kleine Schaukeln. Und dann haben wir dann so eine Netzschaukel mit einem Metallring, mit einer Gitternetzeinlage. Zuerst haben wir das ganze Holz geschläfen. Dann unsere Masse aus dem Plan, wo wir ein Zimmer gestellt haben, übernommen. Anzeichnet, abgeschnitten das ganze Zeug. Jetzt sind wir dran, genau die Sache um ihn zu zeichnen. Quasi ins Schaft, das Holz. Musik Untertitelung. BR 2018